Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. Jawohl, wir gehen wieder in den Dungeon. Ich glaube, ein anderer ist aber eher nicht offen, ne? Na, ich müsste jetzt erst einmal schauen, dass wir den wahrscheinlich komplett clean, als wirklich zur fünften Tür reinkommen, dann geht es wahrscheinlich weiter. Profis von euch sind bestimmt schon lang fertig mit dem Spiel, aber ich wisst ja, ich brauche immer etwas länger. So, dann gehen wir wieder viben. Nein, ich hoffe, dass ich nicht wieder so ungeschickt bin. Ja, gehen wir gleich da lang. Wieso habe ich einen Besen ausgerüstet übrigens? Ich habe heute keine Ahnung. Aber der ist gar nicht mal so unkommet. Ah, gut doch. Der macht halt wenig Damage, ne? Gut. Okay. Warum haben wir den ausgerüstet? Hä? Müsste eigentlich der sein? Ah, er hat mich unabsichtlich umgerüstet. Okay. Hä? Ah, schau, wir gehen jetzt zum Wald danschen. Müssen wir uns merken. Oh, das hat eine Schlange nicht mehr. Uraltes Gefäß. Das nehmen wir natürlich mit. Und zweimal von diesen kaputten Schwertern. Cool. Also nicht schlecht. Hä? War da was? Nein. Okay, müssen wir uns merken. Da geht es zum Wald danschen. Sollen wir den gleich uns anschauen? Noch nicht, oder? Merken wir uns. Ich hoffe, ich fräck nicht. Oh, cool. Was haben wir denn hier für einen Eintrag? Sie sind wie Motten. Wie Motten, die sich ums Licht schauen. Diese Abenteurer. So viele lassen sich von den Verlockungen der Dungeons anziehen. So viele nur, um sich die Finger zu verbrennen. Wenn man im Dungeon vor Erschöpfung oder Schmerz bewusstlos wird, spuckt er einen glücklicherweise wieder aus. Irgendwann zumindest. Ein unschöner Prozess. Niemand weiß genau, was dabei passiert. Aber man wacht irgendwann einfach wieder außerhalb des Dungeons auf. Um einen herum kleine Schleimspuren. Und als Andenken an das Abenteuer behält man natürlich alle Verletzungen, die man sich zugezogen hat. Einige haben danach den Dungeon für immer den Rücken gekehrt. Andere kommen wieder, weil sie den Kampf oder die Reichtümer lieben. Hinter den Dungeons steckt aber noch so viel mehr. Okay. Wir haben eher ein paar Heiltränke. Drei Stück, ne? Die merken wir uns hier, müssen wir nochmal hin. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns da oben um. Hallo! Hui! Passt, sehr gut. Passt, dann hätten wir auch. Super! So. Okay, da ist wie immer nichts drin. So. Hallo! Wow! Die Hand ist schon mal weg. Das ist sehr gut. Und das leckt gerade wieder unschön. Wollte ich gerade sagen, es leckt sehr unschön. Ja! Hervorragend! Ich glaube, ich nehme mal ein Tränkelein. So. Was haben wir denn da Feines? Wir haben Stoff und wieder kaputtes Schwert. Verdammt, das tropft jetzt aber ziemlich viel, hm? Cool! Äh, was Neues haben wir glaube ich nicht mehr, das ich lesen müsste. Hörnlein. Hallo! Ja, schon mal hin. Sehr gut. Ja, ja, komm du nur. Na! Hoppala! Das holt ich nicht. So, passt. Das hat jetzt wieder ordentlich Watschen gekostet, aber sonst ist da nichts, ne? Das sehe ich schon richtig. Dann trinken wir noch einen. Wir haben glaube ich eben wieder ein bisschen von diesem Gelee gekriegt. Wir werden dann nachher gleich wieder uns Heiltränke basteln. Ganz einfach und unkompliziert. So. Dann hier hin. Ja, das habe ich schon gedacht, dass da der Brunnen ist. So, ist hier was Neues? Nein. Sehr gut. Au! Au! Passt, das ist erledigt. Boah, das hat schön gedroppt. Gut. Alter. Nach oben schauen, bitte. Geht ja. Zack, zack. Passt, sehr gut. La, la, la. Was haben wir denn was Schönes drin? Wieder so ein kaputtes Schwertchen. Boah, da haben wir jetzt aber echt schon viel. Und Stoff ein Haufen. Sehr gut. So. Nein, ich will da weg. Das wollte ich eigentlich nicht. Alter. Aha, da kann man in die nächste Etage. Aber der will jetzt gar nicht hin. Ich möchte gerne zu dem Waldtempel. Keine Ahnung, ob das gescheit ist. Grei, die ist da. Aber werden wir sehen. Sag mal, dringend mich heilen. Sehr gut. Und dann rennen wir weiter. So, dann luken wir mal, ne? Haha, nix erwischt. Thousand Fisch. Oh, die sind schon ein bisschen stärker. Oh, Moment. Wie? Kann ich da wieder weg? Tatsächlich. Okay. Wir sind hier schon zu lange. Und weg. Zur Stadt bitte, ja? Hey, das ist so gemein. Warum kommt das Fisch jetzt immer so schnell? Ah, wir haben irgendein Blatt gefunden. Ich muss gleich schauen, was das ist. Gott sei Dank wird gespeichert. Okay. So. Ich sollte die Parts vielleicht so anpassen, dass wir immer, wenn wir dann hier speichern können, ne? Dass wir dann vielleicht ein Part beenden. Da muss ich jetzt ein etwas sehr, sehr lang machen. Egal. Was haben wir denn hier? Abteilung Wald. Lebenssaft. Eine Flüssigkeit, die regulären Pflanzen Leben einhauchen kann. Achtung, Vorsicht vor der Venusfliegenfalle. Und Starkblätter haben wir auch bekommen. Gehärtete Blätter, die dennoch flexibel genug sind, um von Wäldern abprallen, anstatt zu zerschellen. Das war eine besonders harte Lektion. Aha. Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht, ne? Nein. Okay. So, bevor ich alles vergesse, was wir zu tun haben, laufen wir noch ganz schnell zum Tränkeladen. Genau. Hallo. Ich hätte gern bitte ein paar Tränke. Tränke bitte. Aha. Aha. Ah, die kann man so auch kaufen. Ach, ich verstehe schon. Da gibt es das, wenn man sie selber herstellen möchte, dann sind sie billiger. Und wenn man keine Materialien hat zum Herstellen, kann man sie auch so sehr teuer kaufen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist gut, gut. Aber nehmen wir die hier. Hm. Ich glaube, fünf. Einen haben wir noch, ne? Nehmen wir vier. Ja, bitte. Ja, bitte. Dankeschön. Ähm, und das war's. So. Rucksackelein. So. Ja. So. Zack. Perfekt. Nehmen wir noch, ne? Also. Ähm. Haben wir keinen Platz mehr. Dann können wir den aber schon lassen. Den Einzelnen tun wir vielleicht weg. So. Down. Das haben wir ein Schönes noch. Ähm. Da werden wir nur einen. Drei werden wir schon mal für uns behalten, oder? Würde ich sagen, für eine Verzauberung. Hm. Das können wir geben. Oder sollen wir gierig sein? Ich bin gierig. Ich trage es auch gleich in unsere wichtige Kiste. Ich würde sagen, das ist die wichtige Kiste. Da kommen die Sachen schon mal rein. Äh. So. Und vielleicht hier fünf. Würde ich sagen. Ja, oder? Kann man machen. Äh. Das wollte ich nicht machen. So. Und hier. Was haben wir da noch drin? Ach so. Nehmen wir mal alles mit, oder? Hä? Aha. Ja. Entweder oder. Äh. Äh. Dann lassen wir beide drin. So. Sind ja nur zwei Stück. Ja. Passt. Dann würde ich sagen. Auf geht's. Servus, die Herrschaften. Den Spiegel habe ich vergessen. Schauen wir mal aus. Ja. Geht. Passt. Wie immer schön. So. Und da ist er schon verliebt. Die nächste. Gerne. Na, gerne. Gerne. Er ist auch verliebt. Dann können wir schon nachlegen. So schnell kann das gehen. Da haben wir noch keinen Preis. Ich würde sagen. Was ist denn so ein Stoffwert? Äh. Fangen wir mal so an. Und was können wir noch verkaufen? Ich würde sagen. Das hat man schon. Halt. Das hat man schon lange nicht mehr. Ähm. Machen wir acht. Oder? Ja. Ja. Die Firma tankt. Servus. Hallo. Oh. Da ist er zornig. Da ist er sehr zornig. Dann ist er doch wahrscheinlich fünf besser hier. So. Was können wir noch verkaufen? Von dem haben wir recht viel, ne? Oh, da mag sie was. Stoff mag sie. Aha. Oh. Einmal. Und zweimal. Dankeschön. Er hat das trotzdem genommen, weil es das nicht so mag. Echt? Cool. Finde ich gerade voll cool. So. So. Der nächste. La, la. La, da, da, da. Aha. Ein Held kommt. Ja. Sie mag Zweige. Sehr gut. Dankeschön. Danke sehr. Ja. So. Da würde ich sagen, da es ein Held ist, ähm, kriege ich so was. Äh, und, hoppada, falscher Knopf. Ich wollte jetzt eigentlich dieses rote Gelee da verkaufen. Weil das können Helden sicher brauchen. Ja. Bitteschön. Vielleicht hätte er auch lieber Eisen gehabt. Ah, das geht ja wieder, gell? Machen wir nichts, das haben wir, was er braucht. Scheiße. Ja, da freut sie sich. Mhm. Ich hab was gefunden. Darf ich das haben, bitte? Aber sicher nicht. Danke. Tschüssi. Ach, ist das schön, wenn Damen lächeln. Ja. Servus. Ja, sehr gern. Pirti. Oh, der ist ja traurig. Ähm, das heißt, das ist zu teuer, ne? Dann werden wir mit acht probieren. So, was geben wir noch her? Das könnte man wieder hergeben. Und das. Ja, der ist ja happy. Du, ich will das auch noch haben, bitte. Ja, gern. Danke. Sehr gut. Ui. Jetzt gibt's Cash. Hallo, gnädige Frau. Gerne. Und noch ein Held. Na? Servus. Ähm. Das können wir ihm anbieten. Und nehmen wir das olde Gefäß. Oh, da verlange ich schon. Was haben wir verlangt? Noch gar nichts, weil ich es noch nicht verkauft gehabt habe. Stimmt. Ähm. Na. Äh. Was gehen wir denn da? Ich würde... Ich würde sagen, fangen wir mal mit... 200 an. Oh. Oh. Was? Ist schon da vorbei jetzt? Hör auf. 2250 haben wir heute gemacht. Wow. Also, das ist echt nicht schlecht. Super. Hör mit der Marie. Passt. Wir hauen auch mal kurz ab. So. Wir haben gar nicht so wenig, ne? Wir haben 5 Tränke. 2.893. Schauen wir mal. Können wir irgendwas... Ach, schaut. Das geht auch schon. Boah. Plus 80 Leben. Mhm. Es würde fehlen. Aha. Warte mal. Vielleicht haben wir das... Hab ich noch was übrig? Hab ich nicht fertig verkauft vielleicht? Warte kurz. Ja. Hammer. Hammer da. Ähm. Na. So. Na. Jetzt schaut so, kann man sich verdrücken, ne? Sind halt nur 8 drin, ist ja wurscht. Aber wir können uns jetzt vielleicht diesen einen Gurt da... Also diesen Helm. Ich sag immer Gurt. Diesen Helm da kaufen. Also bauen lassen, ne? Plus 40 Hertz ist doch nicht schlecht, oder? Also einmal machen bitte. 4.000. Ach, leg mich doch am Arsch. Ich hab nix gesagt. Wir können uns gar nix machen. Wir haben nix. Kein Geld, kein gar nix. Wir sind arm wie Kirchenmäuse. Fast. Was gibt's Schöneres? Ich hab nix gesagt. Ich hab's auch nix gehört. So, dann machen wir das da wieder voll. Scheiße. Echt. So. So. Dann hauen wir den Rest da rein. So. Passt. Ach so. Will man jetzt eigentlich schlafen gehen? Nö, oder? Jetzt hätten wir noch Zeit. Irgendwie vergeht das. Also irgendwie ist das, dass mit dem Tagesrhythmus bin ich jetzt ja ganz drauf gekommen, ehrlich gesagt. Da komme ich jetzt ja ganz mit. Aber ist ja wurscht. So. Dann gehen wir halt nochmal in den Dungeon. Hm. Hallo. So. Nicht vergessen. Rollen ist wichtig. Ja, der rollt auch. Halt das. Hey, Alter. Das geht so nett. Ja, ist er jetzt hin endlich mal. Was haben wir denn da jetzt? War das jetzt ein... Ein normaler... Zack, zack. Nix getroffen. So muss das ausschauen. Alter. Passt. Zack, gut, der ist erledigt. Ach, meine Nase juckt. So, wow. Der hat drei von diesen Dingen. Schön. Also fallen lassen. Das ist gut. La, la, la. Aber ich glaube, in diesen Sachen da ist nie was drin, oder? In diesen komischen Tischen da. Mal trinken. Das darf ich ja nicht vergessen. Alter. Alter, ich will weg da. So. Passt, der ist erledigt. So, Entschuldigung, war gerade zu konzentriert. Mit dem Besen geht es eigentlich auch nicht so schnell. Manchmal ist der gar nicht so unnütz. Aha, da haben wir schon wieder sowas. Was haben wir denn dieses Mal? Heute wurde mir wortwörtlich Steine weggelegt. Ach so, das hatten wir schon. Hoppa, nein. Ich habe mich verdrückt. Aber sowas von schierig verdrücken. Ach, die Nase juckt. So. Da habe ich einen Trank verschwendet. Oje, 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 mini. Passt, erledigt. So muss das ausschauen. So. Ich glaube, ich weiß schon, diese kleine Pfütze da, ne? Wenn wir die scheinbar öfters pläten. Dann klappt das, glaube ich. Passt, der ist erledigt. Okay. Okay. Da ist er hin, glaube ich. Jawohl. Sehr gut. Hoppala. Jetzt legt er wieder ein bisschen. Was haben wir denn da schönes drin? Ähm. Ja. Ja. Ist dann immer in diesem Raum dieses komische Viech, oder? Da oben ist der, oder? Denn wenn man den zusammenreden tut. Vielleicht kommt dann das Viech, also längere Zeit nicht, ne? Das ist die Frage. Wow. Ich bin aber voll. Ich brauche das jetzt gerade nicht. La 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 la. Gut. Nein. Okay, passt. So, nächster Raum. Zack, 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 zack. Zack, zack. Passt, der ist auch erledigt. So, jetzt wollen wir den da drüben noch pläten. Passt. Und schon haben wir Ruhe. Aha, gut. Dann wechselt man wieder die Ebene. Was mich auch interessieren würde. Dieser Schleimfisch kann auch Ebenen wechseln, oder? Boah, das wäre aber gar nicht schön. Passt, sehr schön. So, was haben wir denn drin? Ja, und auch das nehmen wir liebend gerne mit. Super. Tuck. Ist das hier eine Spinne? Tatsächlich. Alter. So, weg mit dir, Mistviech. Gut, ja. Da haben wir auch nichts drin. Passt, haben wir alles. Sehr gut. So. Nehmen wir mit natürlich. Und nehmen wir auch mit. Was? Hä? Der Gegenstand muss links oder rechts in der Tasche sein. Aha, warum? Aber auch immer. Dann, ähm... 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 Ähm, falsch. Entschuldigung. Ähm... So. Geht's jetzt? Interessant. Ähm... Passt. Gut. Aha, das Viech kommt, gell. Jetzt müssen wir uns beeilen. Okay, wir müssen dem so gut es geht ausweichen. So, und nix weg. Tschüssi. Ich hätte vielleicht probieren sollen, ne? Ob ein Portalwechsel in die nächste Ebene, ob das was gebracht hätte, ne? Ich vergiss das immer, weil ich Angst vor dem Viech hab. Okay. La, 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 la. Das passt ja wie die Faust aufs Auge jetzt, ne? Mit Speichern und mit, äh... Partente eigentlich, ne? Dann würde ich sagen, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem ihr mal das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.